Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Tibia. Ja, ich bin gerade hier am Leben. Ich hatte leider nicht so viel Zeit gehabt zu leben, weil im Server, wo wir vorbereiten, dafür viel Zeit brauche. Aber ja, jetzt geht es wieder weiter mit Tibia und ich kann euch dafür mehr zeigen. Ich muss hier nach links, aha. Ja, ich bin mal gespannt, wie schnell man levert. Ich sehe es gerade nicht so. Eigentlich nicht so schnell. Ich muss also die Troll-Könige oder einfach die Troll-Captains, glaube ich ja, bekämpfen für die Späre. Und die sind momentan hier sehr, ja, sehr selten. Aber im Hinblick geht es gut. Das mag ich. Schlag trifft doch endlich. Ja, wenigstens die Stanz level. Komm. Ah, da ist es. Wow, auch schon geschafft. Ein Sperr. Okay, von dem bekomme ich auch ein Sperr über. Nicht schlecht. Hatte ich nur vorher ein bisschen Pech, hoffentlich. Da ist er am Beutel. Da ist noch ein Troll. Oh, jetzt kommen zu viele Troll. Gehen wir ein bisschen weg. Let's boot. So, Troll-Meet. Hallo. Gut. Und heute Abend muss ich noch wahrscheinlich vier, fünf Stunden GTA 5 runterladen und GTA Online. Aber es bin gar nichts noch nicht. Kann es nicht ein bisschen früher erscheinen? Arroob. Von mir aus. Ach, Mist. Leider nichts. Bisschen Geld. Dem, ja. Troll-Meet. Der da? Das ist der mit dem Boot. Okay, okay, ich greif dich an. So. Hallo. Steuerungsmökel. Und Geräten. Ah, der ist oben. Hallo. Oder muss ich ja so machen. Hm. Aha. Schilding ist Level 11, okay. Ich probiere mal ein bisschen Nahkampf, damit ich das auch levele. Jetzt muss ich wissen, wie man runterkommt. Ah, ja, genau. Hinter diesem roten. Push. So. Oh, das ist gleich viel. So. Oh, schön. Ein Sperr. So. Also, oben hat er gesagt, nicht drunter gehen. Ich gehe mal nicht nach oben. Der Xion, oder? Hä? Noch ein Sperr. Komm. Ja. Nein, komm. So. Noch ein Sperr. Dankeschön. Und, ähm. Vielleicht werde ich dann auch Nahkämpfer mal anprobieren, anprobieren, ausprobieren und, ähm, einfach als Tank, oder so. Komm schon. Töne den zuerst. Hm, der macht Fischer, oh. Hallo, trifft doch endlich mal. Was ist denn los wieder mit dem Game? Nur Treffen. Ja, jetzt. Genau. Du musst nur Treffen. Naja, das ist ein bisschen blöd bei diesen Spielen. Wo es um Treffsicherheit geht und so. Trifft man nicht. Vorher habe ich jeden Gegner getroffen, also bitte. Nicht so blöd machen. Die machen 19 Schaden. Ist ein Krieg gewesen, oder was? Ja, toll, nur gescheiß. Ich muss die, ähm, Schreibung besser lesen, ne? Was soll ich mit einem Trollhaar? Wie geht's? Hässlich. Ja, mal kurz schauen hier. Ah, ist fast leer, nein. Sehr gut. Aha. Hm, den ausmachen. Ja, aber bitte schneller. Ich möchte in der Heidank nicht saufen. Ja, ja. Mach ich dann den Kampf. Ich will nicht zu weit nach unten oder links. Sonst kann ich da nicht mehr raus, Lebendig. Was ist jetzt los, hä? Mase voll. Dann hat den. Er trifft mich von hier. Was ist denn da? Was ist denn da? Ja, was ist das, hä? Was ist denn da? Was sieht das denn, was ich mir bei uns? Was ist das denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Okay, wie geht's mit einem Standort? Das stimmt was. Was ist an OnePlus Ein Wooten-Sheet. Was brauch ich mit dem? Ich will kurz schauen, was da auf dem Sheet steht. Werden wir auch mal auf Slimes. So, wir wollen mal kurz was fressen. Der Troll hat wieder volles Leben, aber der ist gleich wieder tot. Nichts, dankeschön, sehr nett. Da ist nichts drin. Ah, das ist der dort. Ah, leider war hier jemand, aber das ist wirklich nicht. Dann hau du ab, ich geh wieder zurück. Wir sollten langsam wieder in die Stadt scheinbar. Oder irgendwo wo Speere herkriegen. Oder hier spawnen sicher jetzt dann die... Ah, es ist schon gespawnt. Ah, also Level 9. Wenigstens eine Belohnung, Bruder. Ja, toll. Also da muss ich abhauen. Das geht nicht. Schaut, dass man nicht schnell rennen kann. Muss ich irgendwann das abhauen können. So, dass ich... Genau. So, dass ich einfach... Ohne Blässe oder am besten rauskomme. Okay. Also gehen wir noch kurz Speere shoppen. Und ich will noch kurz schauen, wie teuer ein Pferd ist. Ich glaube 200 oder so. Haben wir noch nicht ganz. So. Ja, Tibia... Ähm, ist leider so ein Game, da spielt man... Ähm, 9 Level, 10 Level und so. Und bekommt dann immer wieder das gleiche Prinzip. Also es ist so ein greinendes Spiel. Und... So leid es mir tut, aber ich mag solche Spiele überhaupt nicht. Und... Ähm... Ja, schon. Aber... Es ist schnell langweilig und deshalb kommen eventuell weniger Parts. Oder ich zeige euch hier einfach das Wichtigste. Und so die Updates. Wo ich dann level und so weiter. Mal schauen. Ich bin immer noch nicht so gesund. In Nilas kommt ja der Sturm. Der Große. Und... Das heisst bei uns einfach... ganze Zeit Krach. Vom... Winden, von den Storen. Ähm, vor den... Ja... Wie sagt man denen oben am Fenster? Am Ding. Am Haus. Balken. Hui. Und dann die... Blätter draußen und so. Mag ich nicht. Also Winden kann es irgendwo anders gerne. Aber nicht bei mir. So. Also schauen wir nochmals kurz. He. Horses. Rent. Hm. Es gibt keine... Okay. Ja, was gibt's? Das sind... Hm. Es sind alle weggemietet. Irgendwie leckt's ein bisschen. Ich hab 30 FPS. Was sag ich? Ich sollte es nicht lecken. Und was ist das? Ja, aber... Wer zerstört hier Piggy Banks? Sparschweinchen? Hehehe. Hehehe. Komisch. Das ist auch irgendwie komisch. Die Blücke hat man gar nicht gesehen. Und... Ach, das ist vielleicht unten drunter. Oh, muss ich nach oben? Geh mal hier nach oben. Ne, das bringt's nicht. Wie geht's nach oben? Da? Okay. Also. Habe ich wieder vergessen. Jetzt könnte ich den angreifen, aber ich werde wahrscheinlich sofort tot. Was hat der andere gesagt? Das ist jetzt nicht mehr genau. Ähm. Hier ist doch der Shop. So ist der Shop am Ende. Ich sollte da zuerst eine Bank kommen. Da ist die Bank. Äh. Der Shop. So. Hi. Bui. So nicht Trade. Ja, jetzt Trade. Oh Gott. Hehehe. Also, was brauche ich? Sperre. Acht Sperre für... Ja. Kann ich nochmal kaufen? Nein, gibt's keine mehr. Sell. Kann ich nur Sperre. So. Kann ich nochmal kaufen? Nein, gibt's keine mehr. Ja. Und in die Bank bitte. Einfach ein bisschen. Die Platin am besten rausnehmen. Wieso habe ich Platin? Habe ich die nicht rausgenommen? Wieso hat er mitgeschenkt hat? Ja. Können wir hier mal das Herzchen anschauen? Ein untodes Herz. Er schläft. Ha. so des Arpik so occurer so gut Backpack ist ja nichts mehr drin ja muss ich die immer wegwerfen oder was da haben die Müllprobleme von mir aus oder ok ich hab's dir hier reingeschaut ok ja ok das ist das Empty Potion Flask also es gibt alles unterirdisch hier noch ich schau mal hier runter so kann ich äh muss auch so runter ok wem gehört das man kann noch tiefer runter jetzt werde ich dann sterben oder so lol Rocksäule Rocksäule ist das ein entgegne ich lege wieder nach oben mal hier nach oben aha ok jetzt sind wir wieder hier ok gut also Dankeschön für's Schau in dieser Folge ja und ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder was gerade ist Bye bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal mai bei bei